und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen runde super mario super kaizo mario maker wie auch immer one level per day oder one kaizo per day kaizo mario 4 platform panic von benny und ich habe in meinen kommentaren gelesen es handelt sich hierbei um challenge time lp und wer dieses level als erstes schafft bekommt einen 25 euro e-shop gutschein ich bin froh wenn ich das länger als fünf minuten durchhalte glaube ich ihr habt die abschlussrate gesehen 0 prozent ernsthaft ja nee ist klar das meint ihr ernst oder fünf minuten er gebe ich dir nicht ok einfach nur mal die musik laufen lassen das würde glaube ich schon reichen was will der junge von mir bist du noch ganz knusper ist der noch ganz knusper in der birne der will dass ich dazwischen rein springe da da kann Der ist nicht mehr ganz knusper So ihr wisst ja, dass ich das ganze hier in einem Livestream mache und die Leute mir das da Immer zwischendurch Kommentare schreibt Und ich muss jetzt wirklich mal hier was aus den Kommentaren zitieren Der Challenge Time LP hat dafür vier Stunden und mit Glück geschafft Vier Stunden gebraucht und das mit Glück Ja und Hallo Und dann Allein, dass ich es soweit geschafft habe Respekt lieber Troplay Respekt, oh verdammt Verkackt Ach komm Nein Zu hoch Das war auch zu hoch Ich will nochmal diesen einen Part schaffen Komm schon Okay gut, lassen wir es doch lieber Also lieber Challenge Time LP, lieber Benny Wie auch immer Ähm Die 25 Euro sind mir meine Nerven nicht wert Sag ich jetzt mal ganz ehrlich Und ähm Von daher Es ist vielleicht eine nette Challenge Aber So eine Challenge hat bei mir keine Sterne mehr verdient Und äh Ja Wenn ihr es versuchen wollt Bis Oktober soll diese Aktion noch laufen Diesen Jahres 2016 Ihr habt die Chance dieses Level zu schaffen Ja und wenn da steht Erster Der bekommt dann diesen 25 Euro E-Shop Gutschein Und ich sage Ich bin euer Tro Haut rein Tschö 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 tschö